Justin gegen Alexim, jetzt hier in Pool Nummer, ja, keine Ahnung, 1, Pool Nummer 1. Wir können sehen, dass Justin Fox spielt. Okay, kann ich mir tatsächlich bei seinem Playstar ganz gut vorstellen. Okay, und von Alexim sehen wir hier Joker. Entweder es ist das erste Mal, dass ich ihn spielen sehe, oder ich habe bisher was anderes bei ihm gesehen. Aber mal schauen. Arsen ist jedenfalls online, aber Stock nicht mehr. Gut, dann schauen wir mal, ob Alexim hier vielleicht noch was zurückholen kann. Fox ist ein Charakter, der, ja, man kann ihn schon fast als Glass Cannon bezeichnen. Auf jeden Fall ein Rushdown-Charakter. Joker kann ihm durchaus gefährlich werden, aber ziemlich clean hier gerade. Spielt auch mit der langen Recovery von Fox. Das macht hier guten Damage. Ja, das ist so ein ziemlich schnelles Game gerade, also. Keine zwei Minuten gespielt und zwei Stocks sind weg. Ja, ein bisschen zu sehr gefischt auf den Konter gerade von Alexim. Alles leicht zu komponen für Fox. Oh, nicer Callout. Das war sehr nice gerade von Justin. Hat da irgendwie erwartet, dass der Konter kommt. Ein kleiner Jab, ein bisschen warten und dann schön Upsmash. Ja, sehr nice. 1-0 für Justin. Wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall gerne mal, ja, sauber. Also Rob hier gerade mit seinem ersten Tournament-Win in Österreich einfach. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr cool. Wir gehen jetzt in Game Nummer 2. Falls ihr irgendwelche Begegnungen im Bracket habt, die ihr gerne sehen möchtet, sagt mal Bescheid. Und Flora und Win wollte Flora noch auf hier. Wahrscheinlich gegen den First Seed einfach. Oder gegen Third Seed. Also das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Ansonsten noch nicht ganz klar. Also könnt ihr da gerne Bescheid sagen, was ihr da gerne sehen wollt. Oh, schöner Upsmash. Reicht aber noch nicht. Arsene wird aber auch jetzt schon wieder offline sein. Oh, ist das ein SD? Nein. Nice. Nicht mal den Jump gewastet. Das war auf jeden Fall ganz schlau. Spart Zeit. Oh, da ist Arsene allerdings wieder. Ist denn auf den Konter raufgehauen? Oder Revit's Guard? Oh, das ist okay. Ja. Ab wie nicht zu hoch. Bisschen Bad Angle. Okay, also hier Fuzzis von Justin. Ich hab seinen Fox bisher noch nie gesehen, aber sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Ich bin mal gespannt, ob er den auch in anderen Begegnungen einsetzen wird. Ich kann ja jetzt mal gucken, ob die irgendwas eingetragen haben. Das ist jetzt nur vielleicht ein Match-Up-Ding ist oder ein Funding. Das ist gar nicht cool. Nr. 1. Elixir hier jetzt wieder auf den letzten Stock. Und struggelt damit vor allem den Kill zu bekommen. Da sehe ich tatsächlich den Konter, aber der darf halt auch nicht einfach wahllos kommen in dem Fall. Nee, also Sephiroth sehe ich auf jeden Fall. Gut. Alles klar. 2-0 hier für Justin. So, 2-0. Nr. 1. 2-0.